So, hier ein kleiner Test zum Beepen auf dem Teensy. Hier sieht man den Teensy 3.1. Ich habe auf Pin 9 den Beeper angeschlossen, den Beeper ansonsten auf Ground gezogen, den Rest könnt ihr ja ignorieren, das ist alles für ein anderes Projekt und das ist eigentlich das einzige, was da ist. Also Pin 9, Ground, Beeper, das ist ein ganz normaler Beeper aus einem Mainboard und davon habe ich irgendwie hier, weiß ich, 50 Stück rumliegen und dann wollen wir mal sehen. Das Programm, der Sketch, einmal hochladen und dann geht das eigentlich auch schon los. 1,2,3,1,2,3,1 now. Vielen Dank.